die besten bitte nur was cool ist okay was cooles Spoiler wir spielen Pokémon auch ich weiß gar nicht ob mein oberer Bildschirm passt das fährt jetzt ein du hast den eingerichtet ich musste wieder raus ich musste wieder raus der sieht doch erst rein aus das beste wo gibt hier oh guck mal da müssen wir noch ein bisschen regeln siehst du das hier das ist viel geiler ich bin jetzt hier guck mal aber jetzt hier ich bin voll im game guck mal wer läuft da ich geb Brofist mit ihr sie haut ihr am Kopf sie schmeißt Pokéball wow Pokéball der fliegt Pokéball oh hier ich verlinke die ganze Zeit den Pokéball mein Bro hier guck mal da da ist er mit dem wegen dem Eredia du nicht so ach den kriegst du doch gar nicht oh hier Bad Motherfucker oh ich hätte mich eben gerade so seine Haare abkommt oh sexy Motherfucker ey oh was ist das denn da hat jemand das Silves Group aber noch nicht geht zu gut los ne hoffentlich ist es gut dass Taro Taro kann man hier angerufen werden kann mich Taro hier erreichen weiß ich nicht ich muss mit Taro telefonieren nein musst du nicht was ist ich war doch die achso das war der präsentierte toll jetzt habe ich schwitzige Hände hallo na und freude was geht ab Pokémon Platin herzlich willkommen herzlich willkommen ich drück mal schnell start unserer neuen Reise Throling Nusslok randomize die Stars ins Glück hallo du ja moin ne mein Spiel fängt noch mal von vorne achso ich war zu langsam ja oder so B gedrückt ne willkommen in der Pokémon Welt aha also freunde wir spielen wie ihr schon wahrscheinlich jetzt schon gesehen habt und wie das Superhammer Superlayout verrät 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 Pokémon Platin das Layout hier wo ist die Kamera ich muss in die Rechnung zeigen das Layout so zunächst was ist alles gut ich dachte du sagst noch was und dann plötzlich ich steig wieder ins Spiel ein ja natürlich ja keine Zeit oder was keine Zeit achso keine Zeit oh keine Zeit wir haben diverse diverse diversen Drops hier oh hier ist ein Pokéball aha drück in die Mitte bitte berühre dir Pokéball na gut hab ich hab ich hast du die Ruhe hast du gerandomized? hm hoffentlich ok also wie ihr schon gerade rausführen konntet wir spielen natürlich wieder ne randomize Soul Link Vance mit Snoopy und so Vance? Vance mit Snoopy achso Snoopy super ich weiß aber nicht wie der Vogel heißt Bird alles klar Bird ja Bird ja ah guck mal hier der ist schon wieder ganz neugierig der ist schon wieder ganz neugierig echt du bist schon viel weiter bist du ein Mädchen? ähm ich wollte gerade was sagen aber was wolltest du gerade sagen? erzähl doch mal ne kann ich nicht erzähl doch mal dann werden wir gewarnt oh ne dann äh ja ich bin ja auch ein Junge glaube ich die Chance steht ganz gut so das ist ja absolut eins zu eins das gleiche namenseingebe interface wie bei SoulSilver oder? C ist das quasi SoulSilver nur mit einer anderen Story? und anderen Pokemon wir nehmen die Grafik von SoulSilver aber das sind nur 8 Orden anstatt 16 die wir nicht geschafft haben vielleicht werden wir hier ja mal endlich Pokemon Meister also ich bin Champion falls ihr die noch nicht gesehen habt Freunde empfehlen sie wir haben jetzt ja gerade gespoilert das ach na und aber die hat es in sich definitiv so wie heißt er wohl? nehmen wir den gleich oder? wir nehmen den gleich aha ja wie er heißt Lutz 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 ähm hast du einen Namen im Kopf? oh hier auch er macht auf sneaky auf ganz sneaky ja ja gut ja gut den hatten wir ja schon den hatten wir schon deswegen brauchen wir einen 9 so ist nicht gleich klar wer das ist er weiß wer er ist okay aber der Rest halt na gut dann ist das wohl unser neuer Rivale gut evident nein Two-Face Two-Face ja wieder die Two-Face geil passt doch genau boah alles klar Cell Rock Cell Rock grüße gehen raus ja Alter bis ich hier fertig bin wo ist denn das K warum warum versteckst du das K von mir was soll das ja was soll das find ich nett heute noch ein bisschen Pokemon Go spiel mit Cell Rock immer am besten war die Arena die wir heute eingenommen haben wieso meinst du mit Ditto mit Ditto Carbador und Shiny Labida mit Shiny Labida ja auf Respektsbasis weißt du dann weiß jeder gleich Bescheid oh die lass ich in Ruhe ja hat auch keiner angegriffen also ja irgendwelche Noops haben die circa zwei Stunden was ist der alte Mann der erzählt mir hier zu viel ich will hier spielen ja ich will spielen der wird noch viel mehr erzählen ach man ja wie es mal wieder so ist ich kenne das Spiel natürlich wieder ab zu null kenne man nur die Kanto Remakes das ist aber die auch nicht gut willst du da hinten nicht mal ein bisschen ruhig sein hier ich bin doch ruhig achso so geht es los hier alter guck dir die Bude an was ist das eigentlich für ein Mongo Bild da oben da oder was ist das in der Mitte das ist eine Uhr das ist eine Uhr das ist eine Uhr in welchem Universum ist das denn eine Uhr das muss eine Uhr sein danke na gut die Nintendo Wii sieht auch aus wie ein weiß ich auch nicht ja ist das ein Controller da rechts oder ja natürlich achja guck mal der kommt wie 30 oder das wäre doch geil dann hätte ich Sprinter auch sprinten können also gerade im Fernsehen ne ich war von der Uhr hier gerade so guck mal neuen PC haben wir auch das ist ganz begeistern alter was ist das so für ist das ist das ein Apple aber ich habe hier nur ein Apple weil Nintendo und Apple sich so gut verstehen man 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 wo kommen wir los hey ist das ein neuer PC was geht denn an meinem PC man ey ich habe nicht den Internetverlauf hier angucken das ist ja nicht KPM der geht nicht kaputt achso haha ja stimmt so warte mal drauf ja man Bruder hau ab jetzt hier ich muss ich ich will spielen so jetzt ja dann geh doch mal in der Uhr mit bisschen zocken ach man ich bin nicht still gelaufen da habe ich auch gehen gelaufen geh nicht ins hohe Gras ne geh ich nicht Alter was das eigentlich für ein alter ist das Spiel von 1990 oder was ist das für ein Rührendfernseher hier das war 2009 2009? ich glaube ja alles klar ihr könnt ja mal Bescheid geben von welchem Jahr das Spiel ist ja der Gewinner kriegt ne feuchten Hände drauf so haben wir das auch geregelt Purschi Klatscher ach Mutti geh nicht ins hohe Gras doch da will ich doch hin Bums 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 weiss ich nicht hast du schon gehört der Pokémon Professor ist in den Nachbarort zurück Aha Nachbarort vier Jahre war der Junge weg oh der hat sich aber stark verlaufen wa? mach das nicht kaputt der hat ein bisschen lange für seine Dings gebraucht kommst du jetzt? wie heißt der Ort hier? weiß ich nicht Mann weißt du überhaupt irgendwas? du bist doch gerade aus den Häusern gekommen ja er geht jetzt zu Professor Aibe und du und ich komm mit was wie? was du willst hier ich hab was vergessen was? ich hab was vergessen du hast was vergessen? ich hab was vergessen Bruder komm wieder raus achso er hat was vergessen ja achso und du? ja geh mir hinterher oh mann ich dachte der holt das aber jetzt mit der Kopf und rein ja ich dachte der holt derzeit her was raus oder so ja er hat sein Tagebuch vergessen mann ja und dann muss ich ihm hinterherlaufen wenn er zu blöd ist oder was? er wartet auf einen und wir kriegen eine Strafe der hat auch so ein hässliches Bild da oben aber der hat einen viel geileren Fernseher was hat der denn genau die gleichen Rotz-Fernseher? das glaub ich nicht doch ne der ist auch ein Einzelkind das ist ja unter die das ist ein Einzelkind deswegen hat er die zweihundert verdammt deswegen hat er die verhaltliche Fernseher alles klar irgendwie das läuft lass mal losziehen ja Rute 201 201 guck mal da können wir schon mal Pokémon fallen 200 wo ist denn Route 100 100 1 bis 200 also weißt du was? nein da waren wir schon überall also ein Rute ok da war ich schon oh oh muss ich los Bruder du bist zu langsam du kostest eine Strafe von 10 Millionen pro Dollar lass uns ja lass mal hingehen ach der nimmt mich mit nice Zellrock was geh nicht ins hohe Gras oder? ne keine Sorge kein Problem da ist auch ein wilder Junge ne? ins hohe Gras da hier gleich ah du weißt da viele Pokémon ja Freunde ich will doch hier auch eins haben jetzt hast du eins? gibst mir eins bla 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 oh guck mal hier mit Anlauf oh los auf die Plätze warte da bin ich noch nicht ach warte ach so wer kommt denn jetzt hier? hu ha ach der alte Mann von vorher oh i ah 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 gandalf nee das ist ja oder ist das äh hier äh äh wie heißt der von n? du bist viel zu schnell Professor so wir wollten nicht ins hohe Gras wir wollten ja über die nekla ja gleich um uns rum hier ist das hier mit äh äh wahrscheinlich mit ich ne ich hasse mich ich fragte es nicht was ist das? ich glaube ich habe auch was Falsches gedrückt ich liebe Puppen öh noch einmal wirklich oder? ja wie bitte? ja natürlich wenn du mir eins jetzt gib dann finde ich die auch ganz toll Freunde ich verspreche stimmt doch ja stimmt oh nein wir wollten nicht ins hohe Gras selber du erzählst ganz schön viel muss ich sagen äh 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 oh mein Bruder lass mich was cooles haben bitte ich bin auch schon ganz anders angespannt ich auch was es jetzt gibt Maga oh oh er hat uns getestet er war ja entschuldig ja ist ok ist ok ist cool cool down kollege cool down lucia ist da lucia 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 ja ja oh du hast erst noch schulden bei sellrock 10 millionen pocket dollar oh das ist natürlich belastend weil du zu spät gekommen bist das tut mir leid ich bin auch zu spät gekommen und dann hat er ja schon wir kriegen ja schon 20 millionen ach du ahnung ja der fährt hier dual der junge der kenne nichts plus also wir können doch jetzt nicht einfach in eine fremde tasche gehen ist bei uns gerade nacht geworden oder? ist dunkler geworden gibt es hier tage und nacht ja ne? ich glaube ja ok nun zu ich kann zuerst东 elite oh warte noch kriebel jetzt 책fl place aber ich hab noch kein probobolic aufgebriert sieعل oh my god dann nennt wir den partner okay oh ja 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 bitte was cooles bitte jetzt in diesem moment auf pause drücken und weitern Darum drücken, bieten. Du bist der Größte. Wieso drückst du einfach? Ich dachte du hast es auch schon gedacht. Nein, ich wusste, dass noch ein Absatz kommt. Ich habe auf dich gewartet, hier so auf Ihren Bruder. Hier findet sich ein Pokémon. So. Okay, 3, 2, 1, klick. Welchen Pokédoch? Ja. Soll es sein? Oh! 3, 2... Warte, ich fang hier an. Du fängst rechts an, ich fang nichts an. 3, 2, 1, ab geht's. Okay, also bei mir steht Shinox. Ah, okay. 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 Okay, Shinox. Ja, dann Mittel. 3, 2, 1, jetzt! Sumpex! Und Tob! Ah, jetzt Mauliggi, alles klar. Okay, und 1, 2, 3, ab geht's. Magna Yen. Ja, alles klar. Was ist denn... Ich weiß gar nicht mehr, was das erste war. Gut, also Magna Yen nehme ich definitiv nicht. Warum nicht? Sumpex ist schon nice. Ja. Shinox finde ich auch gut. Shinox hat schon Stil. Was war das denn hier noch? Ah, okay. Alles klar. Also bei dir ist Tobus oder Hiratschi? Ja. Ähm, da muss ich jetzt aber erstmal gucken, weil ich habe keinen Bock auf... Achso, du willst mal eben die Lage checken. Tobus... Was kann denn der Junge? Der kann schon... Ja. Die Konfusion? Das war's dann aber auch. Ja. Konfusion. Da kannst du dich ja mit durchs Leben konfusionen. Ja. Der kann doch beschauen nur hier... Wie heißt das Wort, ähm... Wunschtraum? Und auch Konfusion. Der kann fast die gleiche... Aber... Guck mal, Level 20. Oha. Was hat denn noch der andere? Dann habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich glaube, da war das beste Sondersensor irgendwann. Seja. Seja. Alles klar. Gut, alles bei dir wohl schon klar. Kannst du, wenn du schon da eben warst und so... Kannst du nochmal eben hier Scheinox rein tippen? Also auf Level 15? 15 und 30. Ja. Funkensprung? Ja, ja. Okay. Ja, ja. Kann ich mit arbeiten, auf jeden Fall. Bei Sumpex ist halt das Problem, der ist ja schon fertig. Der ist fertig. Der ist fertig. Sumpex. Sumpex. Klingt auch nice, ne? Aquaknarril. Er sollte vier zacken können. Ja. Ist natürlich belassen, weil der frisst EP des Todes, ne? Ja. Hm. Gut. Meiner auch. Was war das noch? Flacker Schein. Ach. Was war das noch? Ach. Also Magna Ien ist eigentlich auch komplett raus. Ich habe so keinen Bock drauf. Bei dir ist doch eigentlich auch klar. Ich guck nochmal hin. Allerbiss. 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 Oh, der kriegt schnell eine Aquawelle. Und brauche auch nicht ewig bis... Brauche wahrscheinlich auch lange. Aber wohl noch eher als die anderen Beugen. Kommen wir uns überhaupt irgendwo mit irgendwie in der Quere? Ne. Ist egal welche Pokémon wir nehmen. Ah, stimmt. Ja gut. Wenn ich Allerbiss nehmen würde, könntest du nicht... Sumpex nehmen. Wasser, Wasser. Achso wegen... Ja, okay. Ja, aber ich tendiere zu Scheinungs. Ja, aber hier habe ich... Was habe ich hier? Psycho. Und hier habe ich Stahl. Okay. Ja, also ich werde Scheinungs nehmen, Freunde. Ja. Und Yippie! Und pass auf, jetzt kannst du was anderes. Ja. Oh. I pick in this one. Hat das auch englisch gesprochen? Das ist ja der Wahnsinn. Ja, und jetzt wieder Deutsch. Oh, bitte, bitte ein gutes Wesen. Oh, was kann ich nicht? Scheu. Mäßig. 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 Solltet ihr irgendwelche Probleme haben, scheut euch nicht. Oh, ich dachte, ich kann nicht anrufen. Schade. Und nun muss ich aufbrechen. Was hat er denn jetzt genommen? Ciao, ciao. Genau. Er hat nur gesagt, I choose you. Ach so. Aber wir müssen jetzt sowieso kämpfen bestimmt, oder? Wahrscheinlich. Aber ich habe nicht immer gewusst, was er genommen hat. Was sagst du dazu? Der ist echt ein Nerd. Ja, für mich auch. Fernseher, er hat so Furcht. Ach, im Fernsehen ist alles anders. Hey. Kennt. González. Nun besitzen wir beide. Guck mal. Wer gibt's denn eins? Bist du bereit? Bereit geboren. Bruder. Pass auf, jetzt ganz andere Pokémon. Wahrscheinlich. Guck mal. Wir alle. Jesら. ecce Rock. Schoolboy. Rocker. Aber wie ist der Schoolboy? Starabia. Aha. Oh, traufe. No, also ich habe Scheinbuks. Ja, ich habe Neaxi. Ja, ich brauche jetzt aber auch wirklich nix zu. Du hast ihn aber oft belastend gerade, ne? Warum? Oder? Also ich treffe ihn sehr fiktiv. Donnerwetter, ich hab nen Tackle. Die Verwirrung kommt auch raus. Wurde verwirrt und verletzt sich. Verletzt sich, verletzt sich selber. Dann geht das Spiel hier ganz stark los. Zieh wer nicht. Also wenn ich gewinne, krieg ich massiv EP. Verliert natürlich nicht, aber... Da muss ja González nochmal mental auf die Schulter klopfen. Also wenn er gewinnt, krieg ich den massig. Also wirklich massig EP. Aber falls er verliert, dann nicht. Ja. Hat Taro die es erzählt? Taro hat mir angerufen. Ich hab noch Kontakt zu Taro. Mein bester Kumpel ist das. Gut. Der macht nur Heulen. Sohn, ey. Sohn, ey. Sohn, eine Uhr. 157? Der wird ab. Bei mir kann er dauern. Bei mir kann er dauern. Angriff. Alles plus 2 außer Kapitel. Und? Spezialverteilung ist natürlich köstlich auf 19. Auf 19? Oh, der kann auch Tackle. Alles klar, das Spiel. Ich bin für den. Ach, ist das Blödsasten. Ach komm, scheißegal, was er trinkt. Ach, der hat doch noch hochzoggt, der Junge. Da kennt er nichts. Puh. Ich muss nach Hause. Das zieht mir nicht ab. Puh, ich muss nach Hause. Der Kampf hat mich total müde gemacht. So, jetzt kommt ein Crit. Bis später. Ach, ey, darf er noch hochzoggt. Ja, hast mein Leben. Darf ich ein anderes Punkt machen? Aber immer in 40 Dollar auf meinem Nacken. Was ist denn los, Schatz? Auf deinen Nacken? Ja, hab ich. Ne, hab ich. Ne, muss ich. Seit wann hab ich Geld? Du gehst mit meinem Geld von zu Hause los. Ach. Zu Hause? So, geh nach Hause. Ja, ja. Mal so, so wie. Tolls-Helra, toll. Hast du toll gemacht mit deinem Schlatter-Habia. Mit deinem Ruxokli. Du gehst mit deinem Hieb. Also... Für mich war er... Für das Ligige. Ne, für das Schöster-Höse. Freu dich doch, dass er bei dir keinen Geist hatte. Weil dann hättest du nichts machen können. Ja, okay, stimmt. Und wenn er noch eine Geist-Attacke gehabt hätte, dann hättet ihr euch... Wechsel überblicken können. Das hätte ja ewig... Das hätte gar nicht funktioniert. Verzweifler. Ja. Turboträter. Und Verzweifler würde dann nicht treffen bei mir. Weil es ist ja eine normale Attacke dann, oder? Oh, was ist los? Alles klar. So. Gut, dass das nicht passiert ist. Oh, klingert die Turboträter. Ja, den Knopf B, den weiß ich doch auch hier. Muddi, rück raus, die Stiefel. Da geht doch was. Wann kriegen wir Pokéwelle? Ich brauche einen Encounter. Wir machen jetzt mal Pause. Oh. Okay. Turboträter eingesammelt. Abenteuer. Ja, Muddi, du... Ich kenn das noch aus Joto. Oh. Ich weiß, wie das läuft hier. Oh, ich hab noch mal mit dir geredet. Wir wollen noch mal ein bisschen... Oh. So. Gut. Oh. Wir haben jetzt 22 Minuten aufgenommen. Das reicht für heute. C. Davon können wir noch 4 Minuten wegschneiden. Wenn wir über 18. Ja. Wir haben unser Pupp. Er ist ein Encounter. Oder unser... Puppman? Unser Starter. Ja. Oh. Ja, dann gucken wir beim nächsten Mal. Wir gucken beim nächsten Mal, was er für eine Vier ist. Fähigkeit hat. Richtig. Und ob er ein Item dabei hatte. Heil die Haare. Lasse mich Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.